Hallo und herzlich willkommen Zurück zu Let's Play Pokémon Ashway Wir haben im letzten Part unseren zweiten von vier Orange-Liege-Orden geholt und sind jetzt eigentlich auf dem Weg weiter Aber wohin? Okay, das hat sich geklärt Oh, ein Pokémon Und habt ihr auch gestern Tag den Raff gesehen? Nein, hm, nicht schon Es ging lang und es war interessant Eigentlich ist es gegen bis heute Bis um zwei Uhr circa Ja, ja, ich hab schon kein Relive dafür, dass ich mir sowas nicht anschauen sollte Not Zu viele Verneinungen, tut mir leid, ich bin nicht mitgekommen Ich hab dich Du dachtest also, du konntest hierherkommen und all meine Gräperbären strähen Nachdem ich so lange gebraucht hab, um sie wachsen zu lassen, hä? Achso, du bist nicht der Typ Tut mir leid, dass ich dich verdächtigt habe Aber neulich häuft sich das, dass irgendwann meine Gräperbären steht Ich arbeite so hart, dass sie wachsen auf diesen Inseln Ich hasse es, wenn ich nur daran denke, eine einzige zu verlieren Sie sind fast wie meine Kinder Okay Also passe ich auch so auf sie auf Ich weiß, die Gräperbären, die ist Keiner Ist keiner von diesen Inseln hier Wenn du ihn findest, sagst du mir bitte rechtzeitig Oh Oh, wie viel weiß The Laxos Das ist kein Zweifel hier Ich werde dich aufhalten So Du bist ein Pokémon-Trenner, hä? Hä? Kannst du mir doch helfen, oder? Komm, versuch's so Äh, ok Ja, es... es möchte... es ignoriert mich und dann schaut es... nicht an und es ist... ich glaub, es will schlafen Nein, cool, das kann schwimmen Oh, ne gute Animation, um zu schwimmen Ich freu dir hier Ich glaub, du bist da, es mir egal Ach komm, ich will nicht jetzt... ich will jetzt in Level hoch Na ja, eine Nacht höre ich, äh... Ähm... achso Ist da jetzt hier? Ja Aha So, Dickling Wie viel von diesen Inseln gibt es denn? Hey Ignoriert ihr mich einfach Oh Wir sind auf Insel 3 Ich glaub, das ist... Noch ein langer Weg vor uns Wir sind noch lange nicht fertig Äh... Danke fürs Ignorieren Da lang geht es wohl nicht Und wer ist auf Insel... 7? Warum bin ich auf Insel 7 gelandet? Soll ich nicht erst auf Insel 5? Ich hab mich ver... verfahren... verlaufen... ver... Dingsbums... Ich bin nur zwei Schritte gegangen... nerven mich nicht 4... ähm... ich hab den Faden verloren... Ich geh mal nach oben vielleicht noch was... Nächstes hab ich dann Sonderbaum gefunden... Hallo Kratzer, was machst du hier? Aber... Geh weg bitte Ich...יתי... Ich weiß ja nicht, wo wir Canucks so hin me-N- meat So wird es nicht auf Insel 7 gelangen. die Insel 7 ist doch ganz woanders eingekesselt in Insel 6 es ist weiter Aldi Bären kann es nicht irgendwann aufhören? Pummler taucht auf es fängt an zu singen ich werde müde und es wird auch müde und es greift mich an das findest du nur beim Pokémon benutzen ich muss dich fangen ich muss es fangen, ich weiß es jetzt so weit weiß ich noch also ich weiß es nicht aber ich weiß jetzt dass ihr hier einen Relaxo fängt und das wird wohl die letzte Möglichkeit sein Konfustrahl ok jetzt heißt es Bälle werfen einmal, zweimal, scheiße einmal, zweimal, scheiße scheiße Bist du nicht mehr verwirrt? naja was willst du? weißt du? weißt du? weißt du nicht weißt du zu sterbst wir haben ja alle Zeit mein Freund Fugelbälle bombardiert mit Fugelbälle 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 Wow, es ist mehr als 88 Pfund täglich es geht dann sofort schlafen Nein Scheiße, ich wollte es Relakso nennen Egal Ich bin auch eingeschlafen und Oh, das gefällt ihm glaube ich nicht Bin ich jetzt bemalt im Gesicht? Einfach abgehauen Wo muss ich denn jetzt hin? Spezi kann ich später danken Ich will da nicht mehr zu der hin So schön zum trainieren hier Ich glaube ich sollte mal meinen mit Sex zu trainieren Es sollte schon flex ein Glurath werden Ich hörte es ja dann auf mich Das ist doch schön Was ist denn das hier? Na ja, es kommt davon jetzt nicht mit dem die ganze Zeit trainieren Hallo 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 Das ist so einfach Kommt da noch einer? Ja Ich bin sicher jetzt hier alle Ist alles schlecht Nein, ich bin einfach nur overpowered Nein, ich bin einfach nur overpowered Los komm her Alle mit nur einem Pokémon Oh, das ist das so schwer Äh, oder auch nicht Arf Arf So bleib Ja Ich dachte, hier taucht keine Pokémon auf auf bei der Insel Sondern nie passiert hier Ein Verarscher Ebbe Tut mir leid, ich muss dir jetzt irgendwie Ebbe sagen So Hallo Es sieht aus wie eine Spielhülle Oder ein Casino Tut mir leid, das Museum Ein Museum Ist momentan zu Die alte Orange League Tofell wurde Gestohlen Es scheint, als ob die Diebe hier Letzte Nacht eingebrochen sind Aber tut mir leid, du darfst jetzt nicht rein Kommt irgendwann wieder Okay Ich wollte die nächste Ich wusste, dass die Mock etwas damit zu tun hat Oh, Knurps Hey Renn du nicht weg hier Ihr, 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 ihr Bösen Rennen, geh einfach weg Rennen, geh einfach weg Dann wird schon, die ist schon mal weggerannt Schon nie weggerannt Die sind weggeflogen, aber noch nie weggerannt Dann haben sie jetzt einfach Angst vor mir Hallo, lauern dir Musik Das fehlt ja nur Bauen wir Pokémon auf Ich mag die Musik nicht Komm rein da Oh Ist ein Loch Ich hasse die Musik Hm Jetzt sollte die gescheite rein Und nicht die, die Lähme Hm Soll ich dich gedacht Waaaah Nein, okay Ah Da ist die alte Trophäe Lass mich verarsche Warum, warum jetzt Ich hab nichts getan Es ist so scheiße wie nicht Wärts jetzt auf einmal Ich werde das speichern Und wir sehen Und wir sehen Ich denke Es hat sich wieder normalisiert Ist die alte Auren schlägt Trophäe Würdest du sie nehmen? Jo Nein Geist Pokémon Nebulak und Alpollo Scheinen irgendwie Sie wollen nicht, dass du die Trophäe nimmst Aber Du verstehst nicht warum Stopp Knirps Die Trophäe gehört zu Tima Warum? Ich mach gar nichts Also überhaupt nichts Ich bleibst du kurz mich an, weißt du das? Hasse dich Du siehst du noch dämlicher Ja, so Das gleich Das hat es aus in die Hand So Imulators auch noch kurz abgestürzt Und natürlich ist die falsche Konfiguration drin Warum denn nicht? Ja Ja, das hatten wir schon Ja, Knirps Verpiss ich Wir kämpfen nämlich Und Jetzt sind wir in dem Szenario Bring ihn um Scheiße Äh Ich, Fraps, Fraps mag ich immer Normalerweise Ist ja auch gut Aber heute nicht Heute leider nicht Heute leider nicht Los, sie besiegt sich doch normalerweise immer mit Dollar Ja Arbock Eine Katastrophe Och Gott Bitte Macht sowas nicht nur diese Witz Okay, nimm sie Hier Ich hab wieder Schuss in den Ofen Oh Apollo Apollo Nimmt Mio um damit zu sprechen Äh Mauzi Diese Trophäe gehört unserem Meister Er war ein toller Pokemon Trainer Und hat die Orange League Competition gewonnen Ganz Lange her Seitdem Hat er uns verlassen Und wir Waren stolz Aber du musst unterstehen Du musst verstehen Das ist Recht Recht Zins gehört zu uns Und niemand anderen Er denkt darüber nach Und sie scheinen recht zu haben Weil sie das beste Trophäe gehen zu lassen Wo bin ich? Hallo Hallo Wir haben nie mehr von dir gesehen Aber Das ist ja auch offen für Besucher Hallo 50 Würde ich verarschen Oh Oh Toll Ein Präsidium in einem Spiel Ha Mega Spitze Oh Eine hübsche Zeichnung Ich hab hier für 50 Eintritt gezahlt, hm Dreckspott Dreckspott Mannherz Äh ich rede da nicht mit mir Bitte sag ich das jetzt Ich hab einen Backe gefunden Kann mich nicht mehr bewegen Ich kann mich nicht mehr bewegen Puh Leute Es sind ein paar Fails hier Und ich muss eben wieder bis hierher laufen Okay es ist nicht so viel nun Kampf Aber es ist jedes Prinzip Muss das geht Okay Ich sag schon mal Danke fürs Zuschauen und Los Nein macht Tut sich nicht, sorry Also wir sehen uns Wir sehen uns nicht nur noch für das Programm Danke schön für das Zuschauen und Mh